Muay Thai vs MMA, der ultimative Showdown der effektivsten Kampfkünste der Welt. Aus Thailand, Muay Thai, die Kunst der 8 Gliedmassen, die Kunst der 8 Körperwaffen. Eine ultra effektive Kampfkunst mit uralter Tradition. Man darf Faustschläge verwenden, Fusstritte, auch Ellbogenstösse, Kniestösse. Man darf sogar Klinschen und Fussfeger benutzen. Es gibt dabei allerdings keine Submissions und keinen Bodenkampf. Dennoch eine ultra effektive Kampfkunst, die weltweit respektiert wird. MMA ist ein aufstrebendes Superstar, die Königin der Kampfkünste, die die bisherigen effektivsten Kampfkünste der Welt miteinander verbindet. Meistens trainieren MMA-Kämpfer einen spezifischen Mix aus Muay Thai mit moderneren Boxtechniken vermischt, mit Ringen und Brasilien Jiu-Jitsu für den Bodenkampf. Inzwischen sehr stark entwickelt als eine eigene Kampfkunst, wo man nicht mehr in den verschiedenen Stilen trainiert. Was mag da effektiver sein? Nun, ganz logisch werden wir wieder sehen können, beides sind Vollkontaktsportarten und der MMA-Kämpfer ist viel breiter aufgestellt. Der MMA-Kämpfer kann den Muay Thai-Kämpfer auf den Boden werfen und ihn dann am Boden relativ leicht besiegen. Also trotz der unglaublichen Effektivität von Muay Thai ist MMA einfach nochmal eine so harte Ecke effektiver, dass es fast ein Witz ist. Und wir haben da erst gerade sogar genau das gesehen, nämlich es haben zwei absolute Legenden der jeweiligen Sportart gegeneinander gekämpft. Rot-Tang mit fast 300 Profi-Muay Thai-Kämpfen, einer der besten Muay Thai-Kämpfer der Welt. Wir sehen ihn hier gegen Demetrius Johnson, 30 Siege für ihren Niederlagen, ehemaliger UFC-Champion, einer der Pound-for-Pound-besten MMA-Kämpfer aller Zeiten. Und die haben nach einem speziellen Regelwerk sogar gekämpft, nämlich die erste Runde nur Muay Thai. Und jetzt in der zweiten Runde durfte er auch MMA anwenden. Und da haben wir gesehen, er konnte die erste Runde ziemlich problemlos überstehen, obwohl natürlich Rot-Tang deutlich dominiert hat. Sobald aber die einzige Chance, dass er überleben konnte, die erste Runde war, weil er nicht durfte MMA anwenden, sondern nur Muay Thai. Sobald es in die zweite Runde ging und Demetrius Johnson auch MMA anwenden durfte, ging es ziemlich schnell. Er warf Rot-Tang auf dem Boden und hat ihn einfach aufgegessen wie ein schmackhaftes Dessert. So viel stärker ist MMA als Kampfkunst gegenüber Muay Thai. Obwohl schon Muay Thai unglaublich effektiv ist, aber MMA ist zu Recht die absolute Königin der Kampfkünste ohne Frage. Das haben wir in diesem Kampf mehr als deutlich gesehen, wo zwei Legenden gegeneinander angetreten sind. Milliarden anderer Menschen wären hilflos gegen Rot-Tang, aber ein Pro-MMA-Fighter, da ist einfach fertig. Das schrecklich! Vielen Dank.